ich möchte euch heute mal das neue zt tuning 5 gang getriebe vorstellen mit dem mittleren ersten und kurzem zweiten gang ich habe das hier vorab schon mal auseinander genommen um die bauteile einzeln zu prüfen auf härte und verarbeitung bin damit sehr zufrieden das ist alles maßhaltig von lagersitze die losradwelle ist auch vernünftig verkupfert kann man nichts sagen der lieferumfang ist wie man es hier auf dem weißen lappen vor mir sehen kann bis auf das 6000er lager das habe ich vorab schon mal aufgeschrumpft und wenn das jetzt einfach mal wieder zusammenbauen und ihr könnt zugucken ziehkeile in die losradwelle was zum unterbauen dass der wieder rausfällt und man sicheren stand hat die anlaufscheiben habe ich mit einer feile mal auf härte geprüft die machen einen sehr guten eindruck wie der ganze rest ebenfalls ich bin mir nicht sicher ob das jetzt auf der kamera hier wo mein daumennagel gerade endet sichtbar wird und ist eine angekratzte stelle von der feile jedoch ist das nicht spürbar und ich nehme an das ist eine art einlaufbeschichtung die hier aufgebracht ist so dass das bedenkenlos verbaut werden kann weil per hand lassen sie sich ohne rohe gewalt einwirkungen nicht verbiegen ich gehe davon aus dass die so weich sind und einlaufen werden wie es in der vergangenheit schon probleme gab das losrad vom ersten gang ist einseitig hinterdreht dem geschuldet dass man im fünfgang getriebe ja die breite des losrades vom vierten gang vom ersten gang des viergang getriebes unterkriegen wollte da habe ich auch noch eins hier zum vergleich das ist 9,8 millimeter und das vom zetetionen getriebe ist 9,5 also etwa drei zehntel schmäler mit den modernen werkstoffen die hier eingesetzt werden mindestens genauso haltbar wie der erste gang viergang wenn nicht kaum mehr obwohl ja sogar mit mehr geworben wird also ich leg mal los ordentlich fett in die losradwelle dass die kugeln hängen bleiben und man sich nicht ärgert wenn eine raus purzelt und man von vorne anfangen muss die abgesetzte seite vom losrad kommt in richtung kupplung geht alles sehr saugend wie sich das eigentlich gehört anlaufscheiben wo ich auch bisschen fetten schmierungen hat nach keinem geschadet vor allem beim erstlauf muss das ganze ja nicht trocken sein die schmiernoten die hier eingedreht sind richtig richtung ritzel aus so wie es ausgeliefert wurde losrad dritter gang habe jetzt zum vergleich leider kein offenes viergang getriebe da sonst hätte ich können euch gerne mal den sprung vom ersten zum zweiten gang bei bilden zeigen da wird nämlich optisch schon deutlich dass das hier wesentlich schöner abgestuft ist macht optisch vielleicht nicht unbedingt so den eindruck diese sag mal das sind bloß den zahlen vom losrad mehr aber vom fahren her ist das schon ein merklicher unterschied bei drehmoment starken motoren wird es jetzt so ins gewicht fallen und da rät zt tuning ja auch zum getriebe mit dem langen ersten gang aber da wo das jetzt in meinem fall hier zum einsatz kommen soll 110 kubik namaha zylinder was ich im alltag fahren will und irgendwo im gelände da wird das in meiner hoffnung zumindest das schon aushalten kommt der sprengring beim sprengring immer darauf achten er hat hier innen wenn man sich das anguckt und jetzt vielleicht auf der kamera sonderlich ersichtlich sein wenn man eine scharfe kante und den man den radio ist die scharfe kante immer in belastungsrichtung das wäre in unserem fall richtung ritzel und so kommt er jetzt auch drauf zack zack nimm dann eigentlich ganz gerne immer meine reißnadel und drehe es noch mal ein stück um zu gucken ob er auch in der not ist ist der fall dreht alles leichtgängig axial spiel hatte ich jetzt vorab schon mal gemessen mit meiner fühllehre es kann jetzt durchaus durch das viele fett an den scheiben verfälscht sein aber ich kann es gerne noch mal machen 0,2 geht nicht dazwischen also nehmen wir 0,15 und 0,15 geht dazwischen also es ist schon knapp an der 0 ausgeglichen deswegen sollte man eventuell die ersten ich sag mal 300 km oder fünf betriebsstunden da jetzt etwas bedacht am getriebe haben was die schaltvorgänger angeht dass ich das alles bissel aufeinander einspielen kann so jetzt kommen zu guter letzt noch die rastkugeln und die schnurfeder die am besten auch wieder mit reichlich fett einsetzen achso die losradwelle ist übrigens eine mit drei arretärbohrungen was auf jeden fall der schaltpräzision zugute kommt eins zwei kugeln pro loch bei der schnurfeder dann immer darauf achten dass die naja die stelle wo sie zusammengehakt ist zwischen zwei löchern steht weil sonst kann es euch passieren dass die kugeln sich feucht und fröhlich im motor verteilen und dort ihr übriges tun und das wünsche ich meinem ärgsten feind nicht von daher lieber schon von vornherein auch achten dass das seine ordnung hat so sieht man das hoffentlich versuch es mal in die kamera zu halten hier sind die drei ecken wo die kugeln jeweils sind und die hakstelle ist in der mitte zwischen zwei ecken mal noch gucken fünfter gang ist drin die ausdistanzierung im auslieferungszustand ist wie man sehen kann auch sehr in ordnung habe das auch vorher ausgemessen stehen alle räder mittig über den bohrungen also unbedenklich meiner meinung nach kann man das getriebe so wie es kommt verbauen das einzige manko was mir aufgefallen ist wie bei eigentlich allen fünf gang getrieben deswegen kann man das zt jetzt nicht unbedingt anlasten durchsens die tatsache dass es nicht ausgebessert haben die kurven an der schaltwalze ist 8,5 mm in der breite und der zapfen vom schwenkhebel hat 7,55 also ist da fast ein halber millimeter luft wenn es dann an den einbau in den motor geht werde ich euch da meine lösung aber noch präsentieren ich habe das jetzt alles drin rät frei kurbelwelle ist auch drin übrigens ebenfalls von zt tuning wissen ob man es noch lesen kann umgepresst auf 105 mm pläuel und ausgewuchtet mit wolfram für den schweren kolben so ich habe jetzt abseits von der kamera schon mal etwas weiter gemacht die axial spiele ausgeglichen von der kurbelwelle und von der abtriebswelle das abtriebswellenlager stand 0,4 mm aus dem gehäuse raus deswegen habe ich die dichtung welche 0,6 mm hat im durchmesser des lagers ausgeschnitten so dass quasi nur außerhalb des lagers die dichtung aufliegt und damit sollte sich das spiel wie sich gehört auf 0,1 mm beloven wenn sich diese dichtung dann gesetzt hat möchte jetzt zu der lösung kommen mit dem beim getriebe zusammenbau schon angesprochenen problem mit der zu breiten kurvenbahn in der schaltwalze wie gesagt die kurvenbahn ist 8,15 millimeter breit und der schwenkhäbel hat original irgendwas um die 7,6 mm so dass da fast ein halber millimeter spiel ist und ich habe da im netz etwas recherchiert und im simson forum von dem zweitakt freak vales eine lösung gesehen und habe das so ähnlich umgesetzt und zwar wurde der originale zapfen hier runter gefräst auf fünf millimeter durchmesser und eine bohrbuchse nach denen aufgeschrumpft und die hat einen außen durchmesser von 8,0 sprich es sind da jetzt noch anderthalb zehntel spiel ich kann das mal in die kamera halten und mal dran wackeln es ist eigentlich relativ spielfrei wie man hört außerdem habe ich die schaltwalze auf nadellagerung umgebaut die buchse ist selber gedreht kann man auch bei langtuning oder ähnlichen anbietern erwerben schaltwalzen bolzen ist verschraubt und die schaltwalze wird axial möglichst spielfrei ausgeglichen in meinem fall sind das jetzt drei zehntel ich habe mir noch mal so ein beutel 0,1 mm scheiben bestellt dass man das so sozusagen spielfrei ausgleichen kann das radial spiel wie gesagt hat die nadellagerung also würde ich sagen so der bolzen ist jetzt fest ich werde noch die winkelschraube festziehen und dann mal demonstrieren wieviel die schaltwalze noch hat und wie man sieht sind das hier nur noch angenommen jetzt ist jetzt fest sind das wirklich vielleicht 10 grad die es hin und her spielen kann und ich hoffe dass damit die schaltpräzision verbessert wird und das auspfeilen hier an den anschlägen entfallen kann immer noch dafür sorgen dass das schaltet steckt dann eigentlich immer ein ritzel auf die welle dass man drehen kann so erster gang ist drin zweiter gang ist drin dritter gang ist drin vierter gang ist drin jetzt noch mal runter zu testen zweiter noch erster sehr schön das hat man ja selten dass das auf anhieb gleich geht jetzt geht es an die letzten züge hier einbau der kupplung der primär ist ein nadelgelagerter von onge motorsport in der übersetzung 1853 die längste version auf jeden fall und als kupplung kommt ein eigenbau zum einsatz auf ins 50 bauweise sozusagen also mit vier spiralfedern die hintere druckplatte ist aus 42 chromolybden 4 und anstatt der stifte mit den bohrungen wo dann diese kleinen sicherungs clip stifte reinkommen sind hier gewinde drauf und wird hier mit solchen mit flachkopf die dann so in die feder kommen vorgespannt und Das war's für heute. Das war's für heute.